Kommen wir nun zum nächsten größeren Kapitel, nämlich dem der technischen Indikatoren. Technische Indikatoren sind neben den Trends ein Kern der technischen Analyse. Sie basieren in der Regel auf mathematisch-statistische Methoden, bei denen die Kursdaten einer Zeitreihenanalyse unterworfen werden. Es gibt da zwei verschiedene Arten von Indikatorengruppen. Das erste sind die Trendfolgeindikatoren und das zweite sind die Oszillatoren. Die Trendfolgeindikatoren, die wendet man dann sinnvoll an, wenn man einen bestimmten Aufwärts- oder Abwärtstrend sieht. Die Oszillatoren hingegen bei Seitwärtstrends innerhalb von überkauft- bzw. überverkauftzonen. Das bedeutet, nicht jeder Indikator ist egal wann sinnvoll, sondern Sie sollten zuerst die Trendanalyse machen. Generell gibt es die Regel, es ist besser einen guten Trade zu verpassen, als einen schlechten zu machen. In den USA gibt es ein Sprichwort, No Deal is better than a bad deal. Also wichtiger ist wirklich auf Nummer sicher zu gehen, Kapitalerhalt, bevor Sie da zu hohen Risiken eingehen. Verwenden Sie nach Möglichkeit auch nicht einen einzigen Indikator, sondern versuchen Sie mehrere geeignete Indikatoren zu kombinieren und nur dann einen Trade einzugehen, wenn die sich wirklich gegenseitig bestätigen. Wenn also mehrere Indizien dafür sprechen, dass Sie diesen Trade eingehen sollten. Ja, fangen wir an mit dem einfachsten Indikator, absolutes Basiswissen. Das sind die sogenannten gleitenden Durchschnitte. Da gibt es zwei verschiedene. Der einfachste ist der SMA, a Simple Moving Average. Das ist einfach der arithmetische Mittelwert zwischen Basiskursen aus einem Beobachtungszeitraum, wobei der Beobachtungszeitraum variieren kann. Man geht hin und nimmt alle Schlusskurse, summiert die und addiert die durch die Anzahl. Und bei dem einfachen gleitenden Durchschnitt hat jeder Tag das gleiche Gewicht. Das heißt, bei einem 10-Tages-Durchschnitt hat jeder einzelne Kurswert ein Gewicht von 10%. Bei einem 5-Tages-Durchschnitt eben von 20%. Den gibt es noch etwas variiert, indem man keinen arithmetischen Mittelwert nimmt, sondern ein gleitender Durchschnitt, wo die Daten der letzten Tage mehr Bedeutung haben. Also die sind nicht gleichgewichtet. Die neuen Kursdaten, die aktuelleren, haben dann eine exponentiell höhere Gewichtung. Dadurch reagiert der EMA, der Exponential Moving Average, etwas schneller bei Kursänderungen. Typische Betrachtungszeiträume sind 10, 20, 30, 38 und 50 Tage für die kurzfristigen Betrachtungen, sowie 90, 100 und insbesondere 200 Tage für die langfristigen Betrachtungen. Es gibt da eine Grundregel, wenn sich der Kurs oberhalb seiner 200-Tage-Linie befindet, dann ist dieser Kurs generell in einem Bullenmarkt und unterhalb der 200-Tage-Linie generell in einem Abwärtstrend, langfristig also in einem Bärenmarkt. So sieht das aus bei Amazon. Sie sehen, Amazon ist in den letzten Jahren fast ausschließlich überhalb der 200-Tage-Linie gewesen. Sie können auch nachsehen, wie der bei der Corona-Krise mal ganz kurz den unterschritten hat, die 200-Tage-Linie für einen gewissen Zeitraum, aber dann extrem schnell wieder zurückkam. Und generell war es gerade bei Amazon so, sobald die 200-Tage-Linie berührt wurde, war das ein sehr guter Einstiegspunkt. Und ja, auch hier vor 2018, da hätte man zum Beispiel einiges an Gewinn machen können, wenn man immer kauft bei Berührung der 200-Tage-Linie. Das wäre jetzt schon so eine erste mögliche Strategie bei Amazon. Es gibt einen weiteren Effekt, wenn sich der Kurs zu weit von seinem gleitenden Durchschnitt entfernt, insbesondere von dem 200er. So kann man davon ausgehen, dass er plötzlich zu stark ansteigt. Wenn es dafür überhaupt keinen fundamentalen Grund gibt, so erhöht das eben die Wahrscheinlichkeit einer Korrektur. Das war hier bei Twitter gewesen. Das hier war schon relativ weit entfernt. Dann gab es einen sprunghaften Anstieg und das ist dann wieder korrigiert worden. Sobald sie hier dann nachgekauft hätten noch, hätten sie hier kurze Zeit später schon einiges an Verlust gemacht. Also es ist immer ein Problem, wenn der Abstand von der GD200-Linie oder hier von der EMA 200 plötzlich zu stark wird. Eben insbesondere dann, wenn gar keine Neuigkeiten vorliegen. Ja, kommen wir zum nächsten Indikator, der MACD, Moving Average Convergence Divergence. Das ist ein Indikator für eben das Zusammen- oder Auseinanderlaufen von gleitenden Durchschnitten. Das heißt, der MACD verwendet gleitende Durchschnitte, um sich selber aufzubauen. Das funktioniert wie folgt. Der MACD besteht aus zwei Linien, die beide unabhängig voneinander berechnet werden. Das erste ist die MACD-Linie. Das ist der EMA 26 typischerweise. Und von dem werden dann die Werte des EMA 12 subtrahiert. Und die zweite Linie ist EMA 9. Und das nennt man dann Signallinie. Wichtig ist halt, dass diese zweite Linie kurser terminiert ist, also kurser läuft. Hier in dem Beispiel 9 Tage. Das wäre also dann ein MACD 26129. Das ist so der Standardindikator, der sehr oft verwendet wird. Diese beiden Linien zusammen ergeben dann den Indikator. Eine steigende MACD-Linie signalisiert einen Aufwärtstrend, eine fallende einen Abwärtstrend. Was bei diesem Indikator interessant ist, mit ihm kann man selber schon Kauf- und Verkaufssignale generieren. Denn wenn die MACD-Linie, die Signallinie von unten nach oben kreuzt, hat man ein Kaufsignal und andersrum eben ein Verkaufssignal. Und anhand von diesen bultischen Ergebnissen könnten sie dann schon traden. Und je größer der Abstand zwischen den beiden Linien ist, desto stärker ist der Trend. Das heißt, sie haben zusätzlich noch eine Aussage über die Stärke des Trends. Ob es jetzt nur ein leichter Aufwärtstrend ist oder ein starker. So sieht das aus an einem Beispiel. Sie haben dann hier die MACD-Linie und die Signallinie dazu. Immer dann, wenn die MACD die Signallinie von unten nach oben kreuzt, haben sie hier ein Kaufsignal. Von oben nach unten ein Verkaufssignal. Ja, und so hätte man dann schon Trades laufen lassen können. Sie können das gerne mal in einer Webplattform eingeben, dass sie quasi den MACD verwenden bei einem Kurs. Und dann schauen, wie der Kurs in der Vergangenheit war, ob sie dann damit Gewinn gemacht hätten oder nicht. Hier ist jetzt mal ein Beispiel bei der Deutschen Telekom. Natürlich, diese Beispiele im akademischen Umfeld sind immer sehr sauber. Sie können auch genug andere Beispiele finden, wo das unter Umständen problematisch ist. Aber das sind quasi die Paradebeispiele für die Indikatoren. Hier unten sehen Sie den MACD und den Durchlauf von unten nach oben. Also hier wurde ein Kaufsignal generiert, spätestens an diesem Tag. Das wäre dann irgendwo hier oben gewesen. Und die, ja, andersrum Durchkreuzung wäre hier gewesen. Also spätestens hier hätten Sie wieder verkaufen müssen. Und dann wäre die Differenz davon eben Ihr Gewinn gewesen, abzüglich Transaktionskosten. Ja, das wäre jetzt ein Beispiel, wo das funktioniert hätte. Kommen wir zum nächsten Indikator. PESA Parabolic Stop and Reverse Indikator. Als Trend-Ein- und Ausstiegssystem wird der direkt in den Kurschart eingetragen. Der soll eigentlich zusätzlich noch anzeigen, ob man gerade in einem Aufwärts- oder Abwärtstrend sich befindet. Er kann auch etwas die Stärke anzeigen. Und jedes Mal, wenn für den PESA ein Trendwechsel im Kursverlauf vorliegt, durchkreuzt die Indikatorlinie diesen Kursverlauf und signalisiert damit eben einen Richtungswechsel. Und dann sollte man, ja, sich überlegen, ob man vielleicht verkauft, wenn er, ja, in die eine Richtung geht oder kauft, wenn man in die andere Richtung geht. Wenn dann das Durchkreuzen beendet ist, verbleibt Indikator in parabelhaften Verläufen außerhalb des Kursgeschehens, entweder überhalb innerhalb eines Abwärtstrends oder unterhalb bei einem Aufwärtstrend. Und, ja, zur Trendfolge und eben als sehr schneller Signalgeber für kurzfristige Ein-Ausstiegs-Signale kann ja gut verwendet werden. Und das ist ja genau das, was wir im Trading wollen. Schauen wir uns den mal an. Der Indikator stellt ein kurvenförmiges Muster im Chart dar, das potenzielle Stop- und Umkehrlevel beschreibt, haben wir gesagt. Und Wilder, der diesen Indikator quasi erfunden hat, erinnerte das an Parabelkurven und daher der Name PESA. Vorher noch die Berechnung. Diese ganzen Indikatoren können Sie sich per Formeln, ja, zusammenstellen, dann auch selber in einem Programm mal ausrechnen. Viele Webplattformen bieten das auch schon kostenlos an, sodass Sie sich das alles mal angucken können. Hier ist quasi die Formel, der neue Wert ist der alte Wert plus einen Beschleunigungsfaktor, ein variabler Wert, der sich jeweils stufenweise um festgelegte Werte erhöht. Wann immer ein neuer Hochpunkt im Falle eines Long erreicht wird und bei Short eben analog zu neuen Tiefpunkten. Hier wird von dem, ja, Erfinder des Indikators der Wert von 0,02 für den Acceleration-Faktor vorgeschlagen und der dann immer um 0,02 erhöht wird bis zu einer Obergrenze von 0,2. Das ist das AF. Dann gibt es den Extrempunkt, den aktuellen Extrempunkt, also der höchste oder niedrigste Kurs im Zeitfenster des Trends. Beim Hochpunkt eben im Aufwärtstrend und Tiefpunkt im Abwärtstrend. Ja, und damit können Sie den aufbauen und das ergibt dann solche Kurven. Hier unten ist der Link dabei, das heißt, Sie können sich in Webplattformen das auch ansehen. Ja, hier sehen Sie zum Beispiel einen Aufwärtstrend. Der wird dann hier in einen Abwärtstrend umgewandelt, in einen Aufwärtstrend und so weiter. Und wenn die Kreuze weit auseinander sind, dann ist der Trend entsprechend stark. Das können Sie auch noch sehen. Immer dann, wenn die Kreuze eben hier aufgedehnt sind. Jetzt können Sie natürlich sagen, in gewisser Weise sieht man ja den Aufwärtstrend E direkt am Kurschart. Nur es gibt so Zwischenformationen wie hier, wo Sie eben vielleicht nicht unbedingt einen Trend erkennen. Das hier zum Beispiel als Aufwärtstrend finde ich jetzt ja ein bisschen merkwürdig. Das kommt aber hier aus dieser Gesamtlinie. Also sehr interessant, auch den zu interpretieren. Ja, kommen wir nun zu den Oszillatoren. Die pendeln aufgrund ihrer Berechnungsweise ständig zwischen zwei Extremzonen hin und her. Sind dann, hatten wir eben schon gesagt, gut in Seitwärtstrends. Die Idee dabei lautet, das ist der sogenannte Mean Reversion Ansatz, dass es bei Extremsituationen wie einem Crash an den Aktienmärkten immer wieder eine Korrektur nach oben folgt und andersrum auch bei einer Übertreibung nach unten. Setzt voraus natürlich, dass das Unternehmen nicht irgendwie pleite geht. Also das heißt, immer noch irgendwelche Sondersituationen bitte im Auge behalten. Wir hatten das schon früher mal kurz angesprochen. Es gibt hier sogenannte Divergenzen. Das sind Abweichungen zwischen Kurs und Oszillator. Steigt der Oszillator, während der Kurs des Wertpapiers noch fällt, so haben wir eine bullige Divergenz. Und andersrum, wenn der Kurs noch steigt, aber der Oszillator umkippt, haben Sie eine bärige Divergenz. So etwas ähnliches hatten wir uns schon mal angeschaut in Verbindung mit dem Umsatz einer Aktie. Also mit der Stückzahl, die da gehandelt wurde. Divergenzen deuten eben relativ früh auf Schwächen im Trend hin. und signalisieren eine mögliche Trendwende, zu denen man dann unter Umständen aussteigen sollte. So ein Oszillator ist der RSI, den verwende ich auch gerne. Relative Stärke eines Trends, beziehungsweise relative Stärke in eine Richtung hin. Es ist ja eben ein Oszillator in einem Seitwärtstrend. Relativ einfach zu berechnen. RS ist die relative Stärke und ist der Quotient aus dem Durchschnitt der Schlusskurse, von x Tagen oder Wochen. Je nachdem auch hier, über welchen Zeitraum man diesen Indikator anwenden will. Die relative Stärke ist also die Division des durchschnittlichen Kursgewinns durch den durchschnittlichen Kursverlust. Typisch ist RSI 14, also eine 14-tägige Betrachtung über zwei Wochen. So sieht das aus. Wir haben hier den Verlauf der Volkswagen-Aktie und hier den passenden RSI. Der geht von 0 bis 100. Und da gibt es ja ein paar Regeln, die man anwenden kann. Die müssen jetzt kommen. Generell sagt man, mit einer Aktie, die einen Wert von über 70 hat, über 70 Prozent, gilt als überkauft. Der Markt ist gesättigt. Die Aktie ist im Moment teuer, also wieder verkaufen. Bei unter 30 sagt man, sie ist zu günstig. Sie ist überverkauft. Und dann wieder kaufen. Damit könnten sie also auch wieder bei Über- oder Unterschreiten dieser Schwellwerte Kauf- und Verkaufssignale generieren. Wie gesagt, das Ganze macht nur dann Sinn, wenn sie in einem Seitwärtstrend sind. Nicht bei einem starken Auf- oder Abwärtstrend sollten sie den RSI eben gerade nicht verwenden. Eine andere Idee sind die sogenannten Bollinger-Bänder. Die kommen aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Sind in den 1980er Jahren von Bollinger ein entwickeltes Verfahren zur Schaltanalyse. Basiert auf der Normalverteilung, wenn sie mal Wahrscheinlichkeitsrechnung hatten. Dass aktuelle Kurse eines Wertpapiers mit höherer Wahrscheinlichkeit in der Nähe des Mittelwerts vergangener Kurse liegen, als weit davon entfernt. Das ist so die Grundannahme, die man hat. Das heißt, wenn man hier irgendwo rausragt, neigt man sich immer zur Mitte wieder hin. Wie so ein Band, was einen wieder zurückzieht, wie so ein Gummiband. Und die Kurse mögen es am liebsten in der Mitte quasi. Das ist so die Idee davon. Um das Ganze zu errechnen, braucht man eben drei Werte. Das erste ist der Gd20, also gleitende Mittelwert 20 Tage. Und dann fehlen die oberen und unteren Grenzen dieses Bandes. Das kommt aus der empirischen Standardabweichung. Das heißt, man nimmt die Standardabweichung mit einem vorherbestimmten Faktor. Bollinger empfiehlt hier den Wert 2, multipliziert ihn damit und addiert bzw. subtrahiert dann diesen Wert von dem Mittelpunkt. Und dann hat man die beiden Grenzen der Bänder. So sieht das dann typischerweise aus. Wobei Sie aufpassen müssen, ja auch das Band kann sich dehnen und wieder zusammenziehen, je nachdem, wie starke Gewinne und Verluste man hat. Auch hier sehen Sie das immer, wenn so starke Kerzen auftreten. Das können Sie natürlich auch wiederum als Indiz nehmen für eine hohe Volatilität. Und natürlich die Bandrichtung selber ist auch variabel. Wie interpretiert man jetzt so ein Band? Ein Kurs nahe dem oberen oder unteren Band wird als Signal für eine kurzfristige Bewegung zum anderen Band gedeutet. Bildet sich jedoch ein Plateau an einem der oberen Bänder, Entschuldigung, an einem der beiden Bänder, egal wie man es sieht, und wiederholt sich dieses, dann ist eine Trendwende zu erwarten. Das Zusammenlaufen des oberen und unteren Bandes, wenn es also wieder schmäler wird, in Richtung des Mittelwerts, impliziert eine größere Kursbewegung, wobei jedoch die Richtung nicht bestimmt werden kann. Also man kann keine Aussage treffen, ob es dann jetzt nach oben oder unten geht. Bricht der Kurs aus dem Kanal aus, wird generell die Fortsetzung dieser Bewegung angenommen. Bollinger sagt jedoch auch, dass die Bänder selbst nur Aufschluss darüber geben, ob ein Titel aktuell relativ günstig oder relativ teuer gehandelt wird. Also er lehnt sich nicht so weit aus dem Fenster raus selbst. Interessanterweise sind die Bänder sehr, sehr beliebt bei vielen Tradern, sodass man hier ja auch vielleicht davon ausgehen kann, dass man so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung hat, wenn eben jeder diese Bänder verwendet. Sie werden eben sehr, sehr oft herangezogen, um Kaufs- und Verkaufsentscheidungen zu treffen, auch von Profitradern oder eben auch von automatisierten Systemen. Es ist relativ einfach, anhand einer längerfristigen Entwicklung den Kursverlauf auf außerordentliche Schwankungen zu überprüfen, denn sobald der Kurs das obere Band überschreitet, geht man eben von steigenden Kursen aus. Long-Position wird wieder aufgelöst, wenn der Kurs dann wieder in das obere, mittlere oder untere Band fällt. Das heißt, man hat dann noch verschiedene Ausstiegspunkte, je nach Risikobereitschaft. Und umgekehrt natürlich dasselbe. Die Bollinger-Bänder wurden im theoretischen Ansatz nicht dazu konstruiert, Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu treffen. Sie sollten lediglich nochmal der Hinweis dazu dienen, um festzustellen, ob ein Kurs über- bzw. unterbewertet ist. Das Lustige ist die Verbindung zur Wahrscheinlichkeitsrechnung. Die Bollinger-Bänder können eben keine zuverlässigen Aussagen über die Wahrscheinlichkeit treffen, dass ein Kurs eben steigt oder fällt. Auch die Idee, über den Erwartungswert zu gehen und generell auch die Annahme der Normalverteilung ist nicht gesichert. Man wendet einfach mal die Normalverteilung aus der Statistik daraus an, aber ein Börsenkurs muss ja nicht einer Normalverteilung folgen. Das heißt, rein mathematisch betrachtet ist das Ganze an den Haaren herbeigezogen. Und die Bollinger-Bänder setzen auch voraus, dass die Standardabweichung bekannt ist. Das ist auch nicht der Fall. Das heißt, die Analyse-Methode an sich kann man mathematisch nicht sauber begründen. Interessanterweise wird ausgesagt, in der Praxis ist das ein verlässliches Mittel zur Visualisierung von Preisvolalitäten. Das habe ich ja eben auch schon kurz gezeigt. Und der zweite Punkt, den ich auch schon erwähnte, durch die massenhaft fehlerhafte Interpretation der Bänder, hat man eben den Effekt, dass sie unter Umständen eine selbsterfüllende Prophezeiung haben, weil das eben sehr, sehr oft als Handelssignal betrachtet wird. Obwohl da vielleicht gar kein theoretischer Hintergrund dabei steht. Es müssen halt nur genug Leute daran glauben. Dann gibt es den ATR, den hatten wir uns vorher auch schon mal indirekt betrachtet. Wahre durchschnittliche Schwankungsbreite, der ist jetzt wieder, finde ich, ein relativ harter Indikator, der seine Berechtigung hat, misst die Volatilität des Marktes. Und mit dieser Average-To-Range kann man die Wahrscheinlichkeit eines Trendwechsels bestimmen. Statt nur auf die tägliche Handelsspanne zwischen hoch und tief zu schauen, werden hier auch Gaps mit berücksichtigt, was nicht alle Indikatoren können. Auch hierfür braucht man zunächst einige Messwerte. Das ist jetzt eine spezielle Darstelle und da gehen wir später nochmal drauf ein. Das ist quasi ein Tageswert oder ein Stundenwert. Das war quasi zu Beginn, zu Handelsbeginn der Wert, zu Handelsende. Und ja, in dieser Länge ist der Kurs geschwankt in dieser Zeit. Das sagt diese Formation aus. Wenn man jetzt den ATR messen will, nimmt man einen Wert S1. Das ist aktuelles Tageshoch minus aktuelles Tagestief. Ja, also einmal die gesamte Spanne. Wenn der heutige Schlusskurs über dem von gestern liegt, dann wird S2 genommen, eben das aktuelle Tageshoch minus Schlusskurs gestern. Ansonsten andersrum. Ja, das wäre dann S2 und S3. Je nachdem, welchen Fall man hat. So, und aus dieser Fallunterscheidung ergibt sich dann die True Range als maximal vorhandene Kursspanne aus S1 bis S3. Dieser Wert ist noch sehr volatil. Der wurde hier mal direkt aufgetragen. Ja, damit kann man noch nicht so viel anfangen. Der ist noch nicht gemittelt worden, noch nicht geglättet worden. Und deshalb macht man daraus eine Average True Range, indem man einfach die durchschnittliche Schwankungsbreite nimmt. Die Bildung eines Durchschnitts glättet immer die Kurve. Und auch hier hat sich etabliert, 14 Tage zu verwenden, also zwei Handelswochen. Und dann habe ich so einen Effekt. Und eine hohe ATR spricht für eine hohe Volatilität, also, ja, eine Nervosität am Markt. Niedrige ATR-Werte sind für Konsolidierungsphasen typisch, beziehungsweise für Markt-Tops. Und andersrum ist die ATR hoch, so ist ein Trendwechsel wahrscheinlich. Hier haben wir genau den Fall. Der ATR springt an, das war jetzt beim DAX. Und das heißt, an dieser Stelle konnten sie davon ausgehen, wo das hier so, ja, spontan hochging, dass der Abwärtstrend bald gestoppt wird. Und hier, ja, ging er wieder runter. Und hier hat sich zwischendrin auch der Trend wirklich komplett umgekehrt. Und das war so eine Zwischenzone, wo man noch unschlüssig war. Aber das Aufsteigen hier des ATRs hat halt den Trendwechsel angedeutet. Den ATR können Sie auch gut verwenden, um Limits zu setzen. Dafür hatten wir ihn ja schon mal eingesetzt. Die ATR spiegelt eben die Schwankungsbreite des betrachtenden Marktes wieder. Und Ihre Stopps sollten Sie außerhalb der regulären Schwankungsbreite platzieren. Vor allem dann, wenn Sie eben auf so einem Trend reiten wollen, nennt man das. Also wenn Sie einen Trend weiter mitverfolgen wollen, dann wollen Sie ja nicht durch die Standardschwankung ausgestoppt werden oder rausgeschmissen werden. Das heißt, diese Standardschwankung müssen Sie aushalten. Und dazu geht man hin, man nimmt sich den ATR, macht eine Sicherheitsspanne darum, also ein Vielfaches davon, um eben den Stopp festzusetzen, wann Sie aussteigen, oder auch den Trailingstopp, um Gewinne mitzunehmen. Typisch ist, den dreifachen ATR zu nehmen, um eben genügend Raum für diese Standardschwankung zu gewährleisten. So sieht das aus. Hier wurde mal die zweifache ATR genommen und der ATR auf Basis von 10 Tagen. Und dann sehen Sie hier den Kursverlauf des DAX Performance Indizes und hier unten immer minus 2 ATR. Ja, das heißt, das hätte ein Trailingstopp sein können und an dieser Stelle wären Sie dann ausgestoppt worden und hätten bis dahin den Gewinn, wenn Sie investiert waren, eben mitgenommen unter Verwendung des ATRs. Und Sie sehen halt sehr, sehr oft, ja, haben Sie hier diese größeren Schwankungen, die dürfen eben, wenn keine weiteren Ereignisse eintreten, Sie nicht ausstoppen. Hier ist jetzt irgendwie eine Trendumkehr eingetreten. Sie haben drei stark fallende Kerzen. Ja, und irgendwann im Trailingstopp hat das eben dann dazu geführt, dass sie rausgenommen worden sind und dann eben hoffentlich noch mit Gewinn verkauft haben. Es gibt noch eine dritte Art von Indikatoren, das sind die Trendstärke-Indikatoren. Diese Indikatoren können Sie erst mal vorschalten. Hier steht ein Vorfilter für andere Indikatoren. Das heißt, Sie nehmen einen Kurs, wenden zuerst den Trendstärke-Indikator an und wenn die Trendstärke fast null ist, dann haben Sie keinen festen Trend und dann haben Sie ja einen Seitwärts-Trend und dann können Sie mit Oszillatoren arbeiten. Wenn so ein Trendstärke-Indikator allerdings einen starken Auf- oder Abwärtstrend signalisiert, können Sie dann eben die passenden Trendfolge-Indikatoren anwenden. Einen Trendstärke-Indikator möchte ich Ihnen noch vorstellen. Das ist der OBV. On-Balanced-Volume heißt das. Ein einfaches Umsatz-Chart, wo Sie eben die Tagesveränderungen der Kurse im Verhältnis zueinander sehen. Auch hier ist wieder eine Unterscheidung, ob der heutige Kurs über oder unter dem von gestern lag. Und dann ergibt sich eben der Indikatorwert einzig und allein aus dem Wert des alten OBVs und des heutigen Handelsvolumens. Also hier sehen Sie schon, dieser Trendstärke-Indikator setzt auf das Handelsvolumen auf und da hatten wir schon öfter mal begründet, dass quasi ein Trend in Kombination mit dem Handelsvolumen auch dafür sorgen kann, ja, dass irgendeine Aussage gemacht wird, ob das Handelsvolumen dem Trend folgt oder nicht, ob Sie dann eine Divergenz erhalten oder nicht. Das kann Sie natürlich wiederum für alle Zeitebenen herleiten, kurz-, mittel- oder langfristig. Also ein Kurs kann jetzt eine Stunde sein, ein Tag oder eine Woche. Ja, hier haben Sie wiederum die Errechnung der Formel mit der Fallunterscheidung, je nachdem, ob der Schlusskurs der aktuellen Kerze größer, kleiner oder gleich dem Schlusskurs der der vorherigen Kerze ist. Mit Kerze ist quasi gemeint, eine Kerze aus dem Kerzenschart, was wir uns später noch anschauen. Also wenn Sie da mehr Infos drüber haben wollen, das kommt im nächsten Kapitel. Sie können aber stattdessen auch einfach hier die Schlusskurse nehmen. Der Indikator arbeitet hier nur mit den Schlusskursen und die Schlusskurse sind ja auch immer die Punkte in dem herkömmlichen Chart, die wir uns bis jetzt nur angeschaut haben. Das heißt, hier haben Sie einen Unterschied. Ja, die Fallunterscheidung, ist der aktuelle Schlusskurs größer, kleiner oder gleich dem vorangegangenen? Dementsprechend müssen Sie dann den neuen aktuellen Wert setzen. Und hier sehen Sie auch wieder typisch das Vorgehen dieser Zeitreihenanalyse. Dahinter steckt eine simple Annahme. Das Handelsvolumen sollte in Trendrichtung immer größer sein als in Gegenrichtung. Befindet sich der betreffende Markt in einem Aufwärtstrend, sollte es an Tagen mit steigenden Kursen auch zu größeren Volumen kommen, als an Tagen, an denen die Kurse nachgeben. Das meine ich mit das Volumen folgt dem Trend. In einem Abwärtstrend eben genau andersrum. Das heißt, in einem gesunden Trend ist der Kurs und das OBV im Gleichlauf. Ansonsten ist der Trend gestört und es kommt dadurch zu einer sogenannten Divergenz. Das könnten Sie quasi als eine Art Alarmglocke nehmen. Achtung, der Trend ist nicht mehr so intakt, wie Sie vielleicht denken. Und das Interessante ist, dass der OBV ein sogenannter vorlaufender Indikator ist, der schon relativ früh warnt, dass es vielleicht zu einem Problem kommen könnte. Auch hier wieder ein akademisches Beispiel der Allianz. Sie sehen hier einen Aufwärtstrend. Ja, das ist die grüne Linie. Aber beim Handelsvolumen, aus Basis des Handelsvolumens wurde hier der OBV gebildet. Sehen Sie hier eine Abschwächung, eine Divergenz. Sie hatten hier keinen Gleichlauf. Davor hatten Sie noch einen Gleichlauf. Sie hatten einen Aufwärtstrend. Und der OBV stieg auch an. Aber hier haben Sie eben weiterhin einen Aufwärtstrend. Der OBV fällt. Und spätestens hier ist ja das Trend Maximum erreicht. Ja, das ist so 26. November in etwa. Und dann hatten Sie schon einige Tage diese negative Linie gehabt, quasi als Alarmglocke, sodass Sie quasi hier irgendwann aussteigen konnten, bevor dann wirklich der Abwärtstrend einsetzte. Also hier haben wir mal den OBV an einem sinnvollen Beispiel angewendet, wo der zum Tragen kam. Das war alles zu dieser Lerneinheit. Vielen Dank.